so hallo und herzlich willkommen zum kleinen video und zwar ist es mal wieder passiert endlich ich habe ein knife gezogen so lucky wir haben gerade in der lobby gewartet dass das spiel beginnt und ich habe einfach so komplett random eine kiste geöffnet einfach so und ich habe mir auch nichts dabei gedacht und es ist auch meine theorie dann wenn du am wenigsten erwartest dass du was raus ziehst dann kommt das knife wenn du ein case opening machst oder sagst okay ich öffne jetzt zehn cases hoffentlich kommt ein knife raus dann kommt nie ein live aber dann in dem moment wo du nichts denkst war auch so beim letzten mal das m9 damaskus steel gezogen habe ich habe nichts gedacht einfach die kiste geöffnet ohne irgendwas zu denken und dann kam das knife es ist wieder passiert ich feiere es extrem ich hoffe ihr feiert genauso gebt einen daumen hoch wenn es feiert wenn nicht dann halt nicht ist mir auch egal es gibt immer einige die können ein gar nichts ist mir egal haut rein schaut auf jeden fall heute abend beim live stream rein circa 20 uhr 30 wird es beginnen es gibt einige giveaways heute wird eine misty ak frontside misty giveaways einige keys hauen wir raus werden ein case öffnen 40 stück wir werden cobblestone cases öffnen und noch vielen anderen shit veranstalten und ja wenn wir die 150 view knacken gibt es auch ein knife giveaway info video gibt es auch auf meinem kanal schaut rein haut rein bis zum nächsten mal ciao ich habe gerade einfach so jolo mäßig die kiste aufgemacht ich habe gerade einfach so jolo mäßig die kiste aufgemacht was ist los mich nicht denn fokt der ernst die härfte hat er hatte sich ein facke map ein verestly green dass wenn ich mich der büte mit der fernbedingung verprügelt Ich weiß nicht, das ist schon ein paar Euro wert. Ein normales Bayonet Tiger Toast, 130 Keys. 130 Keys. Wenn es Factory Renew ist. Ja, es ist Factory Renew. 130 Keys. Was ist los? Das war jetzt wieder diese eine Kiste, so YOLO. Nice. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.